Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir die Fly Erbsen Proteintrink, die Barista Edition. Viele werden es, denke ich, kennen von der Höhle der Löwen und heute haben wir sie hier zum Test. Also, jetzt probieren wir einfach mal. So, die Fly lässt sich sehr gut schäumen. Im Geschmack ist es sehr abrundend und fühlt sich super an. So, vielen Dank, dass ihr bisher hingeschaut habt. Also, die Fly ist ein sehr guter Milchersatz. Die könnt ihr sehr gut hernehmen zum Schäumen. Also, es ist sehr cremig und habt da, denke ich, sehr viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.